Hallo, ich bin's nochmal ganz kurz. Und zwar ist mir vorhin noch eine Möglichkeit eingefallen, das Ganze noch ein bisschen ressourcensparender zu machen. Und zwar, also der Aufbau oben ist genauso wie vorher, nur hier packt man direkt eins der Kabel an eine Fackel hier ran. Das fungiert im Prinzip schon gleich als Inverter. Da braucht man auch keinen extra Inverter zusätzlich. Und man legt hier einfach das Kabel an, hier an den Inverter und packt hier eine ran. Was ja im Prinzip das gleiche ist wie vorher. Also nur kurz spart man sich hier ein bisschen Redstone und ein bisschen Platz unterirdisch. Falls man jetzt unter Maus einen Keller hat oder sowas, muss man dann nicht ganz so viel Platz dafür wegnehmen. Einfach nur kurz als kleine Videoantwort gepostet, dass es auch ein bisschen schneller und einfacher geht und platzsparender. Und das war's nochmal schon wieder, ganz schnell gewesen. Und tschüss!